Willkommen bei Mama Lida und zu Folge 23 von Freitag, der 13. So, es geht jeden Moment los. Mal schauen, wer wir sind. Ob Jason... Oh, Camp Crystal Lake auf jeden Fall. So, ob Jason oder Counselor. Mal gucken. Nee, Jason können wir auf jeden Fall nicht sein. So, dann geht's los als Counselor. So, als erstes einmal ins Haus hier rein. Gucken, ich weiß jetzt schon, das Auto nicht in der Nähe ist. Okay, erstmal verbarrikadieren. So, schauen wir mal nach, was hier dieses Haus zu bieten hat. Aber ich... Ich hoffe immer auf viel an der Falle. Die können wir auf jeden Fall einmal hinstellen. Kriegen wir auf jeden Fall ein paar Punkte für. So, jetzt der hintere Teil. Machen wir lieber erstmal die Tür zu. Okay, so. Okay, Walkie. Ich glaube, drei Schubladen haben wir noch. Nada. Niente. Nichts. Okay. Scheiße. Okay, das war jetzt unbeabsichtigt quasi. Also, ich wollte eigentlich normal aus dem Fenster rausgehen. Ja gut, wir haben ja den Perk Thickskinned. Ist nicht ganz so tragisch. Gucken wir mal weiter. Obwohl, das Haus wird schon geplündert sein. Okay, zumindest Machete haben wir da. So, und die Tür haben sie auf jeden Fall nicht verbarrikadiert. Okay. Okay. Die Tür ist verbarrikadiert. Okay, dann gehe ich jetzt auch mal zu dem Haus, wo die beiden da drin sind. Ich glaube, bei dem Haus da gegenüber, da waren sie schon drin. Ja, die Tür ist auf. So, hier ist zumindest ein großes Haus. Mal gucken, ob wir da noch irgendwo was herbekommen. Okay, hier kann man auf jeden Fall Tommy rufen. Ich hoffe, das haben sie schon gemacht. Nein. Haben noch nicht Tommy gerufen. Ja, dann machen wir das eben. Okay. Okay, auch erledigt. Wow, was will der denn? Boah, bestimmt, weil wir Tommy gerufen haben. Ey, hammerhart. Ja, jetzt kann er sich noch schön heilen. Ach, zwei von denen. Ah, es sind bestimmt irgendwie zwei Kinder auf jeden Fall. 100 pro. Aber den einen nehme ich noch mit. Den einen nehme ich mit. 100 pro. Den nehme ich mit. Ja, den hat er selber gekillt. Er hat ihn selber gekillt. Oh mein Gott. Aber das ist das, warum ich momentan dieses Spiel nicht mehr so spiele. Es ist nur noch voll davon. Das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, also voll von, um ehrlich zu sein. Ja, seht ihr, der wollte jetzt gucken, ob er noch Tommy rufen kann. Die waren auf jeden Fall einfach sauer darüber, dass ich den Tommy jetzt gerufen habe. Tommy ist auf jeden Fall schon um die Szene. Ist zumindest nicht der, der auch betrayed worden ist. Also der andere von den beiden. Aber das ist das, warum ich momentan dieses Spiel wirklich nicht so gerne spiele. Gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der kurzen Runde. Über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Malida.